Für die, die gewartet haben, fotografiere meine Gemälde, Glasgemälde, große Formate, die schon fertig sind. Zwei habe ich fotografiert, abgemessen, zeige gleich. Hier der Baum, kommt bald in Etsy-Shop, heute Morgen. So, hier habe ich abgemessen, 23,5 x 30,5 cm, großer Format. Dann wird geliefert zu einer Aufstelle dazu. Da kann man das sehr schön hinstellen auf dem Fernsterbrett. So schön. Oder, und zusätzlich Saugknöpfe. Das sind, in diesem Fall, das sind so kleine Saugknöpfe. Da kann man hinten drauflegen. Die großen, aber ich irgendwo habe ich hier. Das sind die großen, für die, für die großen Gemälde, passen auch die großen. So sehen die aus. So vier Stück für jedes Gemälde. So, das habe ich geschrieben, da kommt der Etsy-Shop. So, die Skulpturen, die kleinen Skulpturen, die ich in einem anderen Video gezeigt habe, die sind schon im Shop, neun Stück, neun Bäume. Das habe ich jetzt zwei Tage, ich habe alles fotografiert und im Etsy-Shop, deswegen war ich zwei Tage nicht da. Ich habe die ganze Zeit das gemacht, wie versprochen. Jetzt neun Skulpturen sind im Etsy-Shop. Dann kommt Baum, heute Morgen. Dann habe ich das Gemälde fotografiert. Blau abstrakt. Hier sehen sie. Auch kommt Aufstelle dazu. Das kann man auch darüber lesen, alles. So. Das Gemälde ist größer, bisschen größer als der Baum. 25,2 x 30,5 Höhe ist gleich, breiter, bisschen breiter. Zwei Zentimeter breiter als der Baum. So, und dann, das sind zwei, die ich fotografiert habe. Da habe ich das jetzt unterschrieben. Jetzt kommt noch das Gemälde. Auch blau. Das habe ich noch nicht abgemessen, das melde ich gleich ab. Dass ich dann weiß. Auch 30,5, das ist für genau gleiche. Gleiche für. Und dann, und breiter bestimmt, wie das andere Gemälde. Ja, genau. Das ist genau 1,2,1. Aha. 25,2. Genau, gleiche Größe. Das ist schön. Da kann man gleich zwei erwerben. Wenn es jemand sammelt, dann sieht das wunderschön aus, dann beide zusammenkennen. Genau. So. Das sind Großformate, die bald in meinem Shop zu sehen. Viele sind weg und jetzt neu Nachschub kommt. Genau die drei. Und da wollte ich noch ein Gemälde abmessen. Das ist schon bereits in meinem Shop. Wie gesagt, ich fotografiere alles ab. Wasen sind auch da. Nicht alle sechs Stück. Dann neun Skulpturen sind da. Und diese drei Gemälde kommen jetzt die Tage rein. Das fotografiere ich alles ab. Nicht mit Sonnenlicht, mit so einer Scheinwerfer. Aber das ist ausreichend auch. Dann könnt ihr irgendwann mit Sonnenlicht auch fotografieren. Und das ist natürlich viel, viel schöner. Winter. Winter in Deutschland. Keine Sonne. Sonne ist schon da, selten. Aber sehr kalt draußen zu fotografieren. Muss man auf Sommer warten. Und ich weiß, dass viele nicht warten können. Deswegen fotografiere ich jetzt auf Stelle schon in meinem Shop. Und wenn sie bis dahin nicht verkauft sind, dann fotografiere ich die dann im Sommer. Bei Tageslicht, mit Sonnenlicht. So, das ist das. Gut, dann. Gemälde. Gut. Ich weiß Bescheid. Wo ist mein Shop? Oben, Etsy Shop.